Willkommen bei Solis Cloud. Dieses Video zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Wechselrichter-Garantie über die Solis Cloud App verlängern können. Verlängerung Ihrer Garantie Bitte öffnen Sie die Solis Cloud App und melden Sie sich an. Klicken Sie auf Service, um zur Service-Sektion zu gelangen. Wählen Sie dann Garantie-Verlängerung aus. Nachdem Sie die Richtlinien zur Garantie-Verlängerung gelesen und akzeptiert haben, gelangen Sie zur Seite Garantie-Verlängerung. Bitte beachten Sie, dass Sie bei Ablehnung der Richtlinien nicht zur Seite der Garantie-Verlängerung weitergeleitet werden können. Wählen Sie den Filter Verlängerbare Geräte, um alle Geräte anzuzeigen, die für eine Garantie-Verlängerung in Frage kommen. Wählen Sie den Wechselrichter aus, für den Sie die Garantie verlängern möchten. Legen Sie die gewünschte Garantie-Dauer fest und tippen Sie auf Kasse. Geben Sie die E-Mail-Adresse ein, an die das Garantie-Zertifikat gesendet werden soll. Überprüfen Sie anschließend die Bestellinformationen und tippen Sie auf Zahlung, um zur Zahlungsseite zu gelangen. Bestätigen Sie den Zahlungsbetrag und wählen Sie dann Zahlung bestätigen. Geben Sie Ihre Kreditkartendaten ein und tippen Sie unten auf Bezahlen, um den Kauf abzuschließen. Bestellungen stornieren und löschen Wenn Sie es sich anders überlegen, tippen Sie auf den Pfeil oben links, um die Zahlungsseite zu verlassen. Nachdem die Bestellung erstellt wurde, haben Sie sieben Tage Zeit, um die Zahlung vorzunehmen. Falls Sie eine ausstehende Bestellung stornieren möchten, wählen Sie einfach unten Bestellung stornieren und bestätigen Sie die Stornierung. Die Option Bestellung löschen löscht eine Bestellung dauerhaft. Meine Bestellung und Garantie-Zertifikat Auf der Seite Meine Bestellung können Sie alle Ihre Bestellungen einsehen. Wenn Sie fällig auswählen, werden Ihnen alle ausstehenden Bestellungen angezeigt. Auf diesem Bildschirm können Sie eine Bestellung auswählen, die Sie abschließen möchten, und direkt zur Zahlungsseite wechseln. Abgeschlossene Bestellungen zeigt alle vorherigen Bestellungen an. Tippen Sie auf Garantie-Verlängerungszertifikat, um das Zertifikat jederzeit automatisch per E-Mail zu erhalten. Die Seite Rückerstattung enthält alle erstatteten Bestellungen. Und die Seite Stornierte Bestellungen enthält alle stornierten Bestellungen. Vielen Dank, dass Sie sich für Solis entschieden haben.